Wer weiß schon, was meine Kugel treffen wird, vielleicht ein Bein, vielleicht trägt jemand das Brust. Wer weiß, ob sie das Leben plötzlich beendet oder Schmerzen mit sich bringt. Wenn ich hierbleibe, wird mich niemand bemerken. Woher soll ich wissen, ob das richtig ist? Scheiß Krieg. Er hat mich noch nicht bemerkt, soll ich meine Stellung halten? Ein letzter Schluck. Ich könnte einfach hierbleiben und alleine warten. Doch hat er mich nicht gesehen. Was soll ich tun? Er ist ein Feind. Wenn ich ihn nicht töte, tötet er mich. Soll ich ihn einfach gehen lassen? Ja. 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 Ja, ja. Das tut mir leid. Scheiß Krieg.